Eine Aktion, die ich euch jetzt vorstellen möchte, ist die Aktion Wein mit einer Verlosung von einem Hobel bzw. einem Käsemesser. Unser Royal. Royal, was bedeutet das? Diesen haben wir anlässlich unserem königlichen Hoflieferantsiegel für unsere Königin Maxima höchstpersönlich kreiert. Leichte Süße, aber dennoch zart. Schöne gereifte sechs Monate. Und sein großer Bruder, ein Festtagskäse, der hervorragend zu dieser Aktion passt, ist der Royal Grand Cru von zwölf Monaten. Diese Aktion soll euch beim Abverkauf in der Weihnachtszeit unterstützen. Eine Trinkeinheit von 100 ml Rotwein und zusätzlich noch ein schönes Gewinnspiel für die Endverbraucher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017